Musik Guten Abend miteinander. Coop ist Ihr Spezialist für Pflanzen und Blumen. In den grösseren Coop-Semten gibt es eine besonders grosse Auswahl an frischen und preisgünstigen Schnittblumen. Und als Herbstangebot hat Coop etwas ganz Besonderes. 28 verschiedene Sorten Rosenstöcke. In diesen praktischen Schutzpackungen gibt es jetzt in allen grossen Coop-Centern. Und das Triopack mit diesen wunderschönen Coniferen. Gerade bei Coniferen ist es im Winter besonders wichtig, dass man sie richtig pflegt. Pflanzen Sie Coniferen in ein grosses Gefäss mit viel Erde um die Wurzeln, damit das Wasser nicht bis zu Ende gefrühen kann. Coniferen brauchen auch im Winter ab und zu Wasser, damit sie nicht vertrocknen und absterben. Zwischen Coniferen können Sie ein paar Blumenzwiebeln stecken. Dann haben Sie die ersten Blumen im Frühling. Das Coniferen und das Rosenstockangebot hat eine dreimonatige Anwuchsgarantie auf alle Bäume, Strücher und Rosenstöcke. Das heisst, sollten die Pflanzen trotz allem nicht anwachsen, dann können Sie sie zusammen mit dem Garantieschein zurückbringen und Sie kommen sofort das Geld rüber. Eine echte Coop-Konsumentenleistung. Aber jetzt Achtung! Für den 10'000 Franken-Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte an. Das Coop-Mittwochstudio, Postfach 4091, Basel. Einseinenschluss ist der 30. Oktober. Die Aufgabe ist einfach, notieren Sie drei von den Coop-Aktionsangeboten, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mittwoch, um die gleiche Zeit.